Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Felix Möse hat gerade angerufen. Er braucht noch einen Gag zum Thema Dänemark. Die Dänen richten doch mit uns zusammen die Handball-WM aus. Ja, da kommt er wieder früh. Ja, hab ich auch gesagt. Zu Dänemark gehört ja auch Grönland, wo die Eskimos leben. Wusstest du, warum Eskimos so lange leben? Sag mal, nee. Nee? Na, weil die nicht ins Gras beißen können. Ja, ja, ja. Ist ja überall Schnee. Ja, versteh schon, der ist ja richtig geil. Aber ich hab auch noch einen, pass mal auf. Legoland gehört ja im Grunde genommen auch zu Dänemark. Und wusstest du, dass Brüste wie Legos sind? Sag du jetzt mal, nee? Nee. Na ja, für Kinder gemacht. Aber Männer spielen damit. Der ist aber mal sauber. Oder wir machen die drei besten Filme über Dänemark. Platz Nummer drei. Dänen, sie wissen nicht, was sie tun. Platz Nummer zwei. Goodbye, Dänen. Und auf Platz Nummer eins. Alle Filme mit Danny DeVito. Oder Daniel Craig. Eben. Ja, dann nehmen wir mal die doch. Komm, machen wir Schluss mit lustig. Genau. Pendlich Feierabend. Im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Ich bin ein H Kashён. Was ist ein Hösterweiler. Ich bin ein Hösterweiler. Ich bin ein Hösterweiler.